Noch mehr Munition, ey. Voll dumm, ey. Munition ohne Waffe, ey. Was soll denn der Scheiß? Ja, aber ohne Ende davon, ey. Ja, stell dich hin. Damit jeder zum Milit sieht. Komm, ich hab mal wieder einen Coffeeshop oder so am besten. Boah, die Musik, ey, die geht mir so auf den Piss, ne? Man denkt immer, man wird erwischt oder so. Vor allem, wenn du so plötzlich eins bist. Ja, dieses... Empty, empty, ach Gott. Und dann sehe ich hier auch noch nichts, ey. Das ist ja das Schlimmste dran. Oh, ich hab noch ein Jagdmesser gefunden, ich nehme mal noch eins mit. Geht anscheinend nicht. Dürfte ich die Dosen da bitte? Die Dosen. Auch nur Empty Cants. Gut, Vertursten tue ich gleich, das ist ja schön. Schöner Stacheldrahtzaun. Machendrahtzaun. Du, 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 du. Schon gut. Empty. Ich ging. Und stand entlang. Ja, Painkiller ist so nah. Ich hab gerade gefunden. Wempty Cants, ach Gott, ey. Und, du, du, du. Fiehle, ich kann es sein, ich würde mal mehr. Du warst gekickt auf das Spiel! Battle Eye fällt auf, denn ich steht da fort. Du hast gekickt? Ja, steht da fort. LOL. So, das dürfte ja gewesen sein. Jetzt müssen wir doch noch mal neu connecten. Okay. kultiviert to create loading zu treffen ist schwierigste Rat mal, wo ich bin. Ja, dieser Hafenstadt, wo wir uns vorhin die ganze Zeit treffen wollten. Ne. An dem Leuchtturm, glaube ich, wo du warst, der mit der Insel verbunden ist. Oh, was ruhig noch ein Stück weiter laufen. Irgendwann müsste da so eine Stadt kommen, die auch so einen kleinen Hafen hat, und da müsste ich drin sein. Ist das so an so einem Feld, so? Also, ist da so ganz viel Feld. Jetzt ist die Grafik aber wieder, wirklich wieder richtig, und es ist auch Tag jetzt bei mir. Kann ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht sagen. Die Frage ist, von wo kam ich jetzt und wo wollte ich hin? Ich wollte auf jeden Fall weiter in die Stadt rein, eigentlich. Kann ich diese Lagerhalle durchsuchen? Sieht schlecht aus. Ja, ich wache jetzt eh nicht mehr lang, ich verdurste gleich. Ich glaube, was krass ist, da werden auch irgendwie die Tiere, wenn hier so infiziert. Jetzt komme ich da nicht mal rein, weil die hier Stacheldraht aufgezogen haben. Was soll die Scheiße denn? Plötzlich? Das ist die Halle, wo ich auch schon mal drin war. Das ist die Halle, wo ich auch schon mal drin war. Mit Hafen? Nö. Vielleicht dahinter, ja. Ich geh kommen. Ich kratze gleich ab. Ich finde wenigstens so einfach, das wird man einlassen können. Zum Beispiel, wenn man ins Wasser verspringt, dass man sich dann nicht mehr als Bein prägt. Na gut, das tut es aber normalerweise auch nicht zu hoch. Nö. Nö. Wasser ist näherter als Beton teilweise. Ja, aber es war nicht zu hoch und es war auch nicht zu tief. Das Wasser, also das Wasser, nee warte, halt. Das war nicht zu hoch und das Wasser war tief genug. Oh, ich renne hier von Haus zu Haus und hoffe, dass ich was Kinkbares oder Essbares finde. Alter. Ich glaube, wir sind ganz woanders. Ich glaube, wir sind in verschiedenen Richtungen ein. Bei mir ist hier eine Kuh. Komm her, Mumu! No. Waterbottle, empty. Ich habe jetzt eine Wasserpulle, aber eine leere, leider. Kannst aber aufhören. Aber wo denn? Ich weiß nicht, ob das am Meer geht, aber in Wäldern, und ab und zu so Wasser. Ah, Fonge gebissen. Aua. Sind so ab und zu Teiche. Und da kannst du, oah, aua. Da kannst du die auch filmen. Ach Gott, mein Trinken, Alter, ich brauche es konzentriert. Und ich weiß auf jeden Fall, wenn ich wieder so einen Grafik-Bug habe, einfach mal neu starten. Aber wenn du den Grafik-Bug siehst, ich habe echt gedacht, dass es da so dunkel geworden ist. A Auch Lolo Vom Zombie hergerollt und der sieht's nie. Geil. Ok, du wirst mir jetzt nackt, kleines Arschloch. Bei mir passiert nichts Spannendes. Ja, ich bin gerade in so einer Stadt und durchsuchste halt. Das ist das Spannende, was bei mir gerade passiert. Also so viel ist das gerade auch nicht. Ach und ich komm an dem Container nicht vorbei, wa? Aber jetzt ist das so viel'n Scheiß manchmal. Bist immer noch bei diesem Hafen da? Ja, also in der Stadt da vom Hafen bin ich. Ich suche gerade nach Proviant und so. Ok. Aber ich finde nicht, dass das Müll kippen. Ach komm, durchsache ich bitte doch. Ich habe das erste Mal in der Tankstelle gesehen. Juhu. Glückwunsch? Fragezeichen. Danke, Fragezeichen? Das ist mir egal, aber ich habe sie sonst noch nie gesehen. Ah, gut. So, tut mir leid, Zombie, aber ich muss hinter dir weiter anscheinend. Ha, tut mir leid. So, aber ich hätte wenigstens erschießen können, wa? Ja. Ich sehe doch auch noch was Zombie-mäßig ist. Ah, ich sehe es, was er... Oh Gott, ich gebe wirklich... Oh Gott, hinlegen! Oh Gott, ich wusste es. Und hätte ich gesehen. Ja. Wenn meine Aufstehen würde irgendwann mal, dann wäre ich auch ganz klein im Vorteil. Ich wollte aber wissen, was hier drin ist. Hi. Suicide durch die Stadtlauf. Ich finde es auch so dumm, dass Zombies durch die Türen durchlaufen können. Also auch wenn sie geschlossen sind. Tja. Was macht ein Zombie erst so richtig immer? Gibt mir die Möglichkeit durch die Türen zu laufen. Ne, was ist denn das? Ein Geist? Was möchte ich? Der ist Schnetzler. Mhm. Wie kommst du denn so schnell hin? Ah, ich blute! Schon wieder spielt die Pfahl verrückt. Lass mich hoch! Ich weiß, dass Zombies auch Leitern glättern können. Noch so ne Sache. Das ist ja nicht. Leere Getränkedose, ich kacke ab, Alter. Das ist ja nicht. Leere Getränkedose, ich kacke ab, Alter. So, Verband anlegen. Ich find's ja schon cool, dass, ähm... Oh! Wo sieht mich denn hier was, Mann? Ich scheine beim Hauptbahnhof zu sein. Aufm Dach davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Schienen sich hier. Ich bin ja dafür, dass ich jetzt Suicide und den ersten Lauf als Gestalter anerkenne. Ich glaub, das mach ich jetzt auch. Na, wie weit muss ich dafür kommen? Okay. Yay! Ah, Beine gebrochen! In und in! Und macht gefallen! Und verblutend auch noch! Haha! Kein ist besser laufen. Eine leere Whiskyflasche, das ist leider undicht, Zupi. Ja, sie ist kaputt. Bei mir scheint sie ist broken. Bist du tot? Nein! Ich hab mir beide Beine gebrochen, verblute grad und liege in Umacht. Aber Brüllerum wie sonst kein zweiter, Alter! Hahaha! Was ich grad recht hab ich gesagt finde. Äh, von verdurst auf auf Huber und gleichzeitig noch auf Blut. Aber Hauptsache noch Beine gebrochen, um das Licht aus der Umacht wieder aufwachen. Ist doch nett! So läuft meiner die ganze Zeit automatisch. Hatte Sache Angst. Hahaha! Hab ich noch Penkeler? Das wird doch besser sein. Ah, da sind meine Penkeler. Mal gucken, ob die jetzt wirklich Knochenbrüche heilen. Ne, tun sie nicht. Motorweight. Da bangt schon ein bisschen Boden drin! Ich lauf mal weg, Leute, ne? Ja, tschüss! Das war eigenwürzig. So, jetzt bin ich in einer Hafenstadt, glaube ich. Da sind zwei Kräne oder ich weiß nicht. Und ganz viele Weichen, Alter. Ja. Ja, ich bin am, ähm... Hier ist ein rotes, rotes Haus. Nicht zwei große, rote Häuser. Oder orange. Waren die bei dir auch? Ähm, ich bin grad eh einfach bluten. Das ist dir klar, ne? Ja. Die ist klar, wo ich dich finden. Könnte ich dir zumindest Heilung geben. Äh, verwandt Zeug. Ich steh grad eh auf dem Dach. Alter! Mag ich grad voll die Augen rein? Fickt. Ich hab' nochmal alles verbrochen, was ich habe. Hab' ich auch von gemacht. Den ganzen Schuss verbraut und so'n... Och, what's? Bin schon wieder ohnmächtig geworden. Ja, dann lädt das immer so komisch, ne? Mhm. Das sieht von auch ganz aus. Na los, holt mich! Holt mich ja schon! Oh Gott, und ich fall' auch noch... Hä? Ach, ich bin ins Haus reingefallen. Das ist auch cool. Juhu. Hallo, Summies. Hallo. Summies. Hast du nicht gehört? Nein. Aber ich hab grad auch ein Problem, ich bin von Zombies... Weil wenn so ne kleine Hütte siehst, wo Zombies rumstehen, da misse ich drin. Hahaha. Und ich kann nicht aufstehen, weil ich halt... Äh, was heißt Tanktrap? Welches wird ich benutzt bei Indien... Du bist fucking a Tanktrap? Warum sollte man ne Panzerfalle bauen? Jooh. Ich höre euch knurren, ihr Arschlöcher. Welche Tür hab' ich jetzt aufgemacht? Die... Äh... Äh, da... Hallo, Zombie. Äh, ich will hier weg. Verdammte Scheiße. Äh, hi, Zombie. Aua. Man tritt nicht auf angezogene Leute. Ähm, auf fliegende Leute aus rein. Da, geh weg! Geh weg! Ich bin schon am Verbluten! Lass mich in Ruhe! Oh! Wie er mir nochmal in die Nieren tritt! Und dann frisst er auf ich! Hahaha! Wie geil! No ma! Wie mehr das so irgendwie voll in die Nieren getreten hat, Alter! Na gut, ich werde hier mit den ersten Aufnahmen... Also den ersten Lauf... Meinerseits... Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschau Leute! Dann beende ich auch hier, ähm... In der Nähe eines Zombies und ich... Krieg nochmal hier um die Erkenntnis. Lalalalalala... Bis dann! Tschüss!